Hallo ihr Lieben, hier ist die Kiria wieder und ich wage heute ein großes Wagnis und werde versuchen, euch den Cupsong vorzustellen mit Lied und Percussion. Und das ist echt herausfordernd und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt live gelingt, aber wenn nicht, werde ich es einfach wieder löschen. Ich mache ihn euch erstmal vor und dann zeige ich euch nochmal die Percussion in langsam, wenn ihr das lernen wollt. Ist eigentlich eine schöne Sache, könnt ihr jetzt über Ostern mit euren Kindern machen. I got my ticket for the long way round, good bottle of whiskey for the way, and I sure would like some sweet company, and I'm leaving tomorrow, what do you say, when I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone, you're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere, oh, you're gonna miss me when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone, you're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk, oh, you're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann nochmal klatschen, Becher greifen, hoch neben runter setzen Klatsch, klatsch, 1, 2, 3, klatsch, hoch, runter klatsch klatsch 1 2 3 klatsch hoch runter klatsch klatsch 1 2 3 klatsch hoch runter klatsch seite pang gegen den gegen die hand tang wenn ich so langsam mache kann ich gar nicht klatsch klatsch Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist aus dem Film Pitch Perfect und den habe ich früher mit meiner Tochter mal zusammen geguckt und dann haben wir schon mal versucht, das zusammen zu machen und eben erst ganz recently, neulich, habe ich das geschafft, mit dem Lied zusammen zu machen. Ich kann es nochmal ausprobieren, ob es nochmal klappt. Mal gucken. Du kannst sehen, wo ist der Becher. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.